ja und dem denn das dann habe ich glaube ich glaube wir müssen mehr haben wieder ich brauche nur einen einen Lerner warte das kann ich schon ok soo, jetzt muss ich nur noch diesen Zorro-Send, dann habe ich alles das ist mir super ich nehme den Wind of Fire mit, ne, falls was passiert ja, bringt auch willst du wirklich mitnehmen, wenn du stirbst? ne, ich stand da doch hier ich wollte mich auch gar mal sagen ne, weil es besser sein, dann lass ich einfach hier und dann ist besser ich wusste mich nämlich auch nicht mehr hast genug Essen, ne? Essen hab ich noch mit, ja? ja, ist auch genug ja, ich hab noch 17 Steaks reicht das? ja, ja soo, 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 nochmal ein soo und Candice Candice Beck habe ich noch nicht geschafft leider also, Entschuldigung ne, brauchen wir noch nicht später vielleicht nochmal, aber jetzt noch nicht soo, dann fang ich das da mit hin die Feile tue ich da mit rein dass ich den bemoosten Pflaster schneide, ich brauche ich auch noch irgendwann ach, wie geil, Alter, ich bin immer noch total gut drauf das ist nicht wirklich so, auch so ja, den Wetter feiert, tue ich in meinen Handeln traf ich noch mit ja, ich bin lieber, hab ich noch mit 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 Effizienz und Glück, äh, behalte haltbarkeit mit so, die da hat wird hier rein, die auch mit der Euro rein die nehme ich mit das Komonomikum, so mit rein so, uh, ich hab alles, was ich brauche ich hab ein Schwert, ich hab mir was brauche ich ich hab mir was brauche ich nein da fliegt einer, da fliegt ein Biss ja, ich weiß nicht zu nahe kommen was machst du da? bestimmt, Alter das kommt davon, dann haben wir hier irgendwo ein äh, ein Alter was no, fuck wo bist du? Alter leck mich im Arsch wo hin? ich weiß nicht, wie fest du bist hier ist Sowsand Alter Alter ja, dann ist die Fledermaus wow was war das? hier ist Sowsand, ne? ich auch wow Alter Alter das Schweine greift mich an was bist du? Hilfe ich bin weg die Schweine greift mich an die Schweine? ja ich komme bist du wo bist du? da, komm ja, hol ab du musst mir helfen du musst mir helfen komme oh, sei, die greift mich an oh, sei, die greift mich an oh, sei, die greift mich an fuck 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 ich habe sechs Sowsand wie warst du? wirst du? wirst du? wo gehst du hin? wo gehst du hin? wo gehst du? man muss jetzt durchkämpfen durch die Schweine Alter, ich habe noch sechs Sowsand mit das ist wenn wir mal gucken, ob es reicht eben Alter, ey so guck mal, ob dieses Wüst mich wieder angreift äh oh wow Hilfe Hilfe äh das bist ein Pian Mann ich sehe nix ich sehe nix ich sehe nix ich sehe nix fuck ich verdiene noch ein halbes Herz oh geil was auf, das Wissen ist doch da ja, ich komm nicht raus fuck, wie, die kommt nicht raus ja, sagt mir Bischof in Zweck ist äh, ich versuche mal eben kurz das mit my way of fire in kurz zu klüden m 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 so, ich versuche jetzt mal kurz dieses Nachtschuss m m m m m m m du scheiß mich m wow fuck Hilfe du scheiß die zwei dinge hier zwei wirst ich komme F***! Nein! Was ist das? Ich bin da! Ich helfe dir! So am übel! Hier ist so, dann nehmen wir jetzt ganz viel mit. Auch gar nicht ganz viel mit. Nee, Evidenz bis da mit. Brauchst du nicht. Kannst du nicht mit einer Schaupel. Ah, super. Ich brauche nur noch ein bisschen was davon. Ich brauche nicht mehr so viel. Hast du ein bisschen was? Äh, 28. Okay, das reicht. Wir gehen jetzt zurück. Ja. Pass aber auf, die Wispen sind zwei Stück jetzt schon, ne? Fuck! Zwei Wispen, pass auf da. Ich glaub schon, es ist neu. Ja, mach. Ich verlieg, ich verlieg, verlieg, nein, bis jetzt. Fuck, Alter. Du bist drin? Du bist drin? Oh, fuck, Alter. Oh, du bist immer noch was sauber, ne? Oh, du bist immer noch was sauber, ne? Bitte zu sein, ich komm mal mit zu dir. Alter, wenn jetzt, Alter, das ist wieder so ein Riesenrezept gewesen, wenn du mir hier raufguckst. Alter. Ja, es reicht. Riesenrezept. Ich komm mal hin. Ach so, das Ding. Oh, im Moment, auf Fire hole ich wieder raus. Das hole ich wieder raus. Ah, das ist was anderes. Ich kann so ganz auf Eisen Golems machen, die mir helfen. Wie geil, das ist richtig geil, langsam. Fuck, Mann, wie weit bin ich jetzt schon? Gut, dann machen wir jetzt mal versuchen, immer noch wie andere Zombies zu machen, irgendwie. Was geht? Ich versuche es, ich kann versprechen, aber ich versuche es. Wie viele Bücher hast du? Ich bin alle abschlagen, sowieso. Alle Bücherregale. Jetzt mal in kurz. Weil in kurz das Buch fährt ja mal alles, alles mit einem zu viel. Ich bin jetzt mal in kurz. Ich bin jetzt mal in kurz. Ich bin jetzt mal in kurz. Da draußen fliegt der rum, ey. Was, der Wisp? Ja. Nein. Was? Ich dachte, ich bin rauszulaufen. Das Problem, weil der Wisp jetzt hier rumfliegt, müssen wir aufpassen. Ich brauche dafür den Blitzzauberstab, weil der kann nur helfen oder noch. Das ist natürlich Kacke. Das Kack hier ist. Ja. Ich gucke mal, was unsere Meining Turtle macht. Ja, mach mal. Wie, du hast die da unten? Ja, die war noch am Laufen. Okay. So. Aber ich versuche es nochmal mal irgendwie den Zauberstab zu machen. Die Blitzschiffe, dann kann ich die Wisp ganz schnell töten. Ich kriege auch Essenz drauf, damit ich wieder Level bekomme alles. Also, das versuche ich jetzt. Und ich hoffe es. Also, auch noch ein reamer mechanisches Schaden derwäglieder. Ich besuche Fishhorn wird, dass all das rund 5 schon��� 달라 bin. Ist ja nicht mehr klar können. Was ist das? Soll ich es noch weiter schicken? Alter, krass, wie viele krasse Höhen es hier gibt, ey. Ja, ich hab mich auch gewundert, das ist richtig geil, ne? Ich dachte, ich hab hier schon alles ergründet, aber irgendwie... Wenn ich da was neu ist, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, ob ich jetzt gleich wieder bis auf Level 30 gezogen kann. Würde... Ich muss aber noch einfach zu... Hm, Alter. Was ist das? Gelett hier, ey. Geplattiert. Mein, ähm... Buben Schiff treiben. Oha. Anderman. Anderman. Die, uh... Deer Wispy rumfliegen, wie seine Streifte gemacht... Äh... Enderman. Oh, Anderman. so wie kennt ich auch noch ein paar Sorgen mit dem geworden das war ja ich möchte er wieder angucken und so da was neu ist wieder der Welt auf Frost jetzt der kann nämlich eisblöcke in der wundervolle er kann nicht helfen aber naja gut ist etwas sehr gut haben wir schneebälle ich guck mal eben Schnee war mir doch glaube ich gar nicht weiß ich nicht ich brauche nämlich Schnee das Schnee-Ding weil es ja wind-up-Frost Problem da musst du noch mal schnell engu-gu-eis-dessen nee der Watershar hat er schon hat er schon erledigt hast du Glück gehabt ja dank dem Watershar also all den Bord welchen Weg die Bieter der Ausbruch 30 wenn du Schatz findest bitte mitnehmen weißt du aber hat es mit einem Level zu tun äh weil ich beide auch verlebt verzerrungen können Ich dachte jetzt warum gerade den Scharzen? Das hat mich irritiert. Nein! Verdammt. Was denn? Es reicht nicht, dieser ... Schatz. Das sind Scharzen oder was? Ja, ich brauche unbedingt einen blauen Schar. Unbedingt. Kupfer oder ich komme ein Wort hier irgendwo noch mal was drauf ist auf diesen Dinger nie ich guck mal eben nicht gut ja mal gucken macht Spaß da und abgültig auf den Verschmutzung das ist ein Stern dem Räutig und ich auch bald jetzt auch wichtig ich neun 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 da und mit dem münchen ich muss nie wieder reißen jungen ich weiß nicht nur wo ein ist wo er in den blauen schaden jetzt was in diesem blauen Dingsbums da was andere blaue ich brauche die ich brauche die Schneeflocke da ist eine Schneeflocke drauf und die brauche ich weil sonst geht das nicht ich gucke mal ob wir was haben einfach mal so weil ich guckt oh Gewitter weißt du das auch das ist krass ne und so weiter bin ich auch nicht da ja um er mal kurz oder den ebenso den anderen er hat den anderen vor der Abbauzauberstab und dann wenn du das hast dann kann ich ja weiter machen nachdem es ist ja noch um aber bei dem es ist ja alles wichtig für mich ist das es wird es hat weiter so zauberst um 9 es kann nicht sein und das ist der Wendt auf Ecklob welchen das ist der Abortort da jetzt baby so er will er auch noch probieren das war klar mal kurz fackeln nein auch nicht auch ein Spinnauge nein brauchen wir nicht brauchen Knochen auch nicht Goldnachs das ist auch nicht aber ich nehme der Wau der war das denn der war ja nein auch nicht was kommt der Wendt auf Excavation ist doch eigentlich ein Abortortort klar vielleicht heute und auch nicht ich weiß es nicht nein um die Spitzhacke das der Objektor die Idee gebracht ist ich war mal kurz im Ausklang für äh 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 vielleicht hast du recht der Grund ist durch ich hab ich hab immer recht die die